Guten Morgen Köln! Hey, guten Morgen! Nun sind wir im fünften Jahr hier an dem Josef Dumont Berufskolleg mit dem Digital Education Day. Wie ist dein Eindruck von heute? Gigantisch. Ich vergleiche es mit vor fünf Jahren. Was hier an Ideen und an Konzepten und neuen Möglichkeiten für Schule gezeigt wird, ist schon wirklich phänomenal. Wir haben einmal das Projekt von unserem Kinder Science Lab, wo wir innovativen Unterricht für die Grundschule entwickeln. Alles Unterricht, der auch in normalen Klassenzimmern funktionieren kann, die Lehrer dann die Ideen mitnehmen können und in der Zukunft auch selber in ihrem eigenen Unterricht umsetzen können. Ja, wir finden es halt toll, wirklich die Kreativität ins Programmieren zu bringen, weil Programmieren ist ein kreativer Prozess, genauso wie Malen oder wie Komponieren. Und dadurch entstehen wirklich schöne, tolle Objekte, die dann vielleicht nicht Klavier heißen, sondern Gitarro, Bello oder was. Und genau, das macht richtig Spaß, auch den Kindern zuzugucken, was die für eine Freude haben daran. Und ja, mir macht es halt einfach Spaß und ich bin froh, dass ich ausgewählt wurde. Mein Name ist Emine und ich habe erst mal so einen Roboter gesteuert. Mir macht es Spaß, dass ich sehr viele Dinge lerne, hier zu programmieren oder so. Timeride ist eine Zeitreise ins alte Köln vor über 100 Jahren, so zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und das Tolle ist, unsere Besucher, egal ob Schulklasse oder Tourist oder eben auch Kölner, kann einfach diese Virtual Reality Brille hier einmal aufsetzen und dann ist man quasi mitten im Damals. Virtual Reality oder eben Immersive oder Mixed Reality Lernumgebungen mit der Einbeziehung der Schüler ist jetzt nicht nur ein Technikthema, sondern es ist ein Thema, was jetzt über die Technologie auch Kreativität fördert. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Wir müssen was in der Schule bewegen und das ganz schnell, nicht einseitig und es muss mit Mehrwert sein für den Sachunterricht, aber wir müssen die Kinder eben auch auf die Zukunft vorbereiten. Und wenn ich dazu einen Beitrag leisten kann, tue ich das gerne. Die größten Herausforderungen sehe ich eigentlich darin, dass wir diese tollen Projekte, die es an einzelnen Schulen tatsächlich schon gibt, in die Fläche bekommen. Dass wir das Know-how auch zu den Lehrern bekommen. Also Stichwort Lehrer-Ausbildung, Lehrer-Fortbildung, die Zukunftsaufgabe in den kommenden Jahren und der widme ich mich sehr gerne. Wir haben hier keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen hier wirklich schnellstmöglich tätig werden, weil sonst verlieren wir auch den Anschluss gegenüber anderen Ländern. Und von daher sind natürlich solche Tage, wie jetzt dieser heute hier in Köln, der ja zum fünften Mal schon stattfindet, darüber freue ich mich sehr, sind natürlich Gold wert. Und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal ist, dass ich diese Veranstaltung hier besuchen darf. Das ist mein Schlusswort. Bye-bye Bildungscamp. Bye-bye Digital Education Day 2017. Es war schön mit dir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.